Hallo liebe DeFi-DGents und Yield-Farmer-Chats, ich melde mich heute mit einem kurzen Update zu meiner Folge 7 über den Ellipsis-Exchange. Bei Ellipsis kann man Stablecoins in einen Liquiditätspool einzahlen und die Pool-Tokens, die man dafür bekommt, dann staken mit recht attraktiven APYs. Ich hatte in Folge 7 vorgeführt, wie das geht. Und in dem heutigen Update geht es darum, dass es einen neuen Pool gibt, den ersten Pool nach dem 3-Pool, der sich mit einem Token beschäftigt, der heißt FUSDT. Und FUSDT ist eine Version vom Tether von USDT auf der Phantom-Blockchain. Aber um in diesem neuen Pool bei Ellipsis-Find-And-Staken zu können, brauchen wir keine Phantom-Blockchain einzurichten. Den FUSDT, den gibt es eben auch auf der Binance-Smart-Chain und es gibt die Möglichkeit, diese Pool-Tokens, die man bei Ellipsis bekommt, zu staken bei Popsicle Finance. Und Popsicle Finance ist ein Yield-Aggregator, der es ermöglicht, Assets auf verschiedenen Chains zu staken. Das bedeutet also, man kann Assets, die zum Beispiel auf der Phantom-Blockchain oder auf der Ethereum-Blockchain laufen, kombinieren mit Binance-Tokens und die dann dort staken. Wie gesagt, wir brauchen uns aber mit der Phantom-Blockchain nicht zu beschäftigen. Wir können alles auf der Binance-Smart-Chain abwickeln. Und da die APY zurzeit sehr attraktiv ist, dachte ich, mache ich mal ein kurzes Video und zeige euch, wie das Ganze geht. Schauen wir doch jetzt erstmal nach, wo wir hinwollen und wo wir das staken können. Und zwar zeige ich das jetzt mal hier auf meinem Bildschirm. Das hier ist Popsicle Finance, also man erreicht das über HTTPS und dann Popsicle, P-O-P-S-I-C-L-E.finance. Und unter Popsicle Finance gibt es die sogenannten Popsicle Stands. Das sind also quasi Eis, ein Eisstand. So soll das hier wohl aussehen. Und darunter finden wir hier an dritter Stelle, heute an dritter Stelle ist das, ein Pool, der nennt sich FUSDT plus 3 Pool. Darunter steht BSC, also auf der Binance-Smart-Chain, wie ich auch eingangs sagte. Und hier bekommt man, wenn man also diese LP-Tokens einzahlt, Rewards in Form von Eis, Eis-Tokens und in Form von Ellipsis-Tokens. Und hier rechts sieht man auch eine Schaltfläche mit den drei Punkten. Wenn ich die berühre mit meinem Auszeiger, dann steht hier ein Link, Get LPs. Also hier gibt es die Möglichkeit, diese Liquiditäts-Pool-Tokens zu bekommen. Ich zeige aber, bevor ich das mache, nochmal einmal kurz, was mir aufgefallen ist, was eine kleine Hürde darstellen könnte. Und zwar, wenn ich auf der Ellipsis-Seite bin, dann wird mir dieser neue Staking-Pool, beziehungsweise der neue Liquiditäts-Pool gar nicht angezeigt. Denn, also wenn ich jetzt hier in das Menü gehe, dann ist hier immer noch der 3-Pool. Aber hier müsste eigentlich auch noch ein weiterer Pool angezeigt werden. Das ist hier nicht der Fall. Das heißt also, so von sich, von hier aus kommt man an diesen Pool gar nicht ran. Das mag daran liegen, dass man die Webseite zum Beispiel auch mal richtig aktualisieren muss. Ich versuche das mal. Ich probiere das mal aus. Ich muss hier meinen Wallet freigeben. Schauen wir mal. Und da ist der Pool FUSDT. Das heißt also, wenn man die Webseite richtig aktualisiert, das kann man zum Beispiel, indem man die Shift-Taste drückt und dann auf den Neuladen-Knopf oder man macht es eben über eine Tastenkombination, die hängt vom Betriebssystem und vom Browser ab. Wenn man also die Seite aktualisiert, dann bekommt man auch hier diesen Pool angezeigt, FUSDT. Und der andere Weg wäre, dass man eben über den, hier über diesen Link geht, GetLPs. Dann landet man also quasi auf der Seite bei Ellipsis, wo man diese LP-Tokens bekommt, indem man Stablecoins einlegt. Und hier unter Deposit kann man die Einlage machen. Dafür braucht man eben einen Stablecoin, der hier genannt ist. Unter anderem eben den BUSD, den USDC, den USDT und den FUSDT. Der FUSDT ist wahrscheinlich unter Binance ein bisschen schwierig zu bekommen. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, weil wir können ja einfach einen der anderen Stablecoins nehmen. Und das heißt also zum Beispiel den BUSD, den würde ich jetzt auch hier benutzen, um in diesen Pool reinzukommen. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Dafür brauche ich erstmal BUSD in meinem Wallet. Die werde ich mir jetzt besorgen und dann geht es weiter. So, ich habe nun 2441 BUSD in meinem Wallet. Das sieht man hier auf der rechten Seite. Und sobald ich die BUSD in meinem Wallet habe, dann kann ich hier in diesen FUSDT Pool einzahlen. Man sieht hier, dass ich also hier unter Deposit 2441 BUSD zur Verfügung habe. Und wenn ich jetzt hier auf Deposit klicke, dann werden diese BUSD in den Pool eingezahlt. Und von da aus, und ich bekomme dann LP-Token zurück, die dann in meinem Wallet sind. Und die kann ich dann bei Popsicle Finance entsprechend staken. Machen wir das mal eben. Erstmal die, das Approval, die Bestätigung, dass dieser Smart Contract, der dahinter ist, die BUSD aus meinem Wallet abholen kann. Und jetzt die eigentliche Einlage. Und sobald diese Transaktion durchgelaufen ist, habe ich die entsprechenden LP-Tokens in meinem Wallet. Und jetzt kann ich diese LP-Tokens, man sieht es hier, FUSDT LP-Tokens, 2437 Stück ungefähr, ich kann die hier einlegen, also staken. Das ist eine Möglichkeit. Die APY liegt zur Zeit bei 72,33% in EPS. Das ist eine Möglichkeit, die ich habe. Das mache ich aber nicht, weil es gibt eine leicht bessere APY auf Popsicle Finance, als wenn man es hier direkt macht. Das liegt daran, dass man einen Teil der Rewards in ICE-Tokens, das ist der native Tokens von Popsicle Finance, bekommt. Und da ist die APY dann zur Zeit etwas besser. Das heißt, ich gehe auf Popsicle Finance. Dann verbinde ich mein Wallet mit der Webseite. Hier auf der Seite namens Popsicle Stand, kann ich hier auf Join to Party klicken. Und wenn ich das gemacht habe, dann, das kommt ungefähr dem Token Approval gleich. Also das heißt, das ist im Grunde der Knopf, bei dem man der Webseite erlaubt, dem Smart Contract erlaubt, die LP-Tokens aus dem eigenen Wallet abzuholen. Und wenn diese Transaktion bestätigt ist, dann habe ich die Möglichkeit hier zu staken. Und man sieht hier, die APY ist ganz gut. Die liegt jetzt hier bei 101,28%. Das hängt natürlich davon ab, wie der Kurs des ICE-Tokens sich verhält und wie der EPS-Token sich verhält. Man sieht hier, dass man für 1000 Dollar Einlage 0,16 ICE-Tokens und 0,56 EPS pro Tag bekommt. Ich kann also hier staken und hier werden mir meine LP-Tokens angezeigt. Wenn ich hier auf Max klicke, dann kann ich die also einlegen in diesen Smart Contract, in diesen Pool. Wenn die Transaktion durch ist, dann verdiene ich ICE-Tokens und EPS-Tokens. Diese muss ich hier regelmäßig abholen. Das ist also anders als zum Beispiel bei Bifi, wo das Ganze automatisch passiert. Ich muss die hier regelmäßig abholen und bekomme die dann in mein Wallet. Schauen wir mal, ob die Transaktion schon durchgelaufen ist. Ja, die ist durchgelaufen. Diese Webseiten aktualisieren sich meistens nicht so gut von selber. Und dann kann ich also, wenn diese Transaktion durchgelaufen ist, hier im Dashboard mir anschauen, wo ich stehe. Hier sieht man dann eben LP-Deposited. Hier ist das Ellipsis-Symbol. Und hier sind meine Pool-Tokens, die ich eingelegt habe. Der aktuelle Dollarwert. Und mit Harvest kann ich dann also die ICE- und EPS-Tokens regelmäßig abholen. Was ich dann damit mache, ist ja mir überlassen. Ich kann die EPS-Tokens ja nochmal staken auf Ellipsis Finance. Die ICE-Tokens kann ich hier nochmal staken. Ich kann die natürlich auch über PancakeSwap oder über irgendeinen anderen Exchange umtauschen. Und den Gewinn sofort mitnehmen. Ja, das ist das von meiner Seite. Also so kommt man in diesen Pool rein. Und ja, wer da Lust drauf hat, das zu machen, kann das also jetzt ausprobieren. Ich wünsche dabei viel Erfolg und viel Spaß beim Staken.